Kannste glauben! Liebe Abonnementen, ich freue mich, dass Sie wirklich eingeschaltet haben. Es ist unglaublich. Danke, danke, danke. Und hier steht's, wir haben uns extra einen schönen Spruch einfallen lassen. Jeder schließt von sich auf andere und vergisst zu berücksichtigen, dass es auch anständische Menschen gibt. Wunderbar. Heinrich Zille hat's gesagt. Wir sind in der Zillestraße in Chemnitz und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist die hundertste aktuelle Kamera. Los geht's. Jeder Chemnitzer hat garantiert mitbekommen, als ich gesagt habe, Heinrich Zillestraße und dann vielleicht sogar noch die Nummer 15, eine Institution. das einzige jüdische Restaurant hier im Osten unserer Republik. Das Schalom. Und daraus sage ich heute ganz herzlich willkommen. Und vielleicht haben wir sogar noch die Chance und treffen hier den Chef Uwe Tschobala. Und die Idee dazu kam mir, weil es eine besondere Sendung ist, nämlich die hundertste Sendung. Und der Name Sonder spielt gleich noch eine ganz wichtige Rolle. So. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich herzlich bei der Sächsischen Zeitung bedanken, die uns wieder Material ohne Ende geliefert hat. Wenn Sie sich fragen sollten, Mensch, wir bräuchten vielleicht eine Witz-Zeitung, dazu auch ein aktuell politisches Blatt und dann vielleicht noch ein ganz kritisches. Das liefert die Sächsische Zeitung alles in einem. Hier steht es, Achtung auf Seite eins, letzte Woche, Totholz hat Waldbrände in Sachsen nicht angefacht. Entdeckte Fehler. Seit wann facht Holz Feuer an? Wenn die Grünen das sagen, ist das so. Die meisten werden schon gelacht haben, zumindest die, die aus Sachsen sind. Ganz einfach. Seit wann kann Holz Feuer anfachen? Feuer kann in Verbindung mit Wind Holz anfachen, aber nicht umgedreht. Verstehen Sie, ist es alles die Negation der Negationen. Und dieses Holz, was dort lag, dieses Totholz, was niemand über Jahre hinweg weggeräumt hat und letzten Endes gebrannt hätte wie Zunder, wenn dort Wind dran gekommen wäre, dann hätten wir vom Nationalpark gar nichts mehr gehabt und wahrscheinlich sogar halb Sebnitz wäre abgefackelt. Aber so, da der Wind sich gedreht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, können die Grünen jetzt sagen, na siehste, ist doch gar nicht weiter geschehen. Das ist zynisch, das ist gemein, das ist reine Ideologie. Geht nur darum, unser Weg ist richtig, weil er wahr ist. Und wir in Sachsen kennen das alles schon. Hätten Sie das vermutet, Regierungszahlungen an öffentlich-rechtliche Rundfunkjournalisten? Und innen, also nicht nur außen, genau. Die großartige Linda Zervakis rechtfertigt 12.000 Euro Interview mit Olaf Scholz, weil sie musste sich ja a vorbereiten und b hat sie dem Olaf Scholz ja auch Tricks gezeigt und so eine Art Hilfe, Unterricht gegeben, wie er sich verhalten soll, wenn sie ihn interviewt. Also wirklich knallharter Faktenjournalismus. Also Leute, Udo Ulfkotte, der hat schon vor Jahren darüber berichtet. Der wurde abgetan als Schwurbelei, Verschwörungstheoretiker. Jetzt wurde eine Anfrage gestellt und ob man es glaubt oder nicht, anderthalb Millionen Euro uns Steuerzahlern abgepresst, damit die Regierung im guten Licht dasteht. Ich erinnere mich noch einer der Hauptgründe, warum ich entlassen wurde, entfernt wurde beim Mitteldeutschen Rundfunk war, Achtung, festhalten, staunen bitte jetzt. Uwe Steimle glaubt nicht, zweifelt an der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Naja, das kommt dabei raus, wenn man Geschichte eins hatte und Staatsbürgerkunde auch. Wir leben schon im besten Deutschland aller Zeiten. Ein Glück, dass es die aktuelle Kamera gibt und an der Stelle freue ich mich jetzt. Wir schalten gleich mal um zu einer Gratulationskur. Ich weiß gar nicht, die Kollegen haben was vorbereitet. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Mein lieber Uwe, du siehst, ich habe mich extra ein bisschen rausgeputzt, um dir zu deiner hundertsten Ausgabe der aktuelle Kamera zu gratulieren. Gut, ich hatte ein paar mehr, aber bei 117.000 Abonnementen, da müsste ich schon überlegen. Unsere Sendung hat ja ein bisschen was Gemeinsames. Nämlich zum Beispiel, die einen mögen uns und die anderen geben es bloß nicht zu. Du hattest doch in der vergangenen Woche in deiner Sendung davon gesprochen, dass Russland einen großen Wirtschaftszuwachs genommen hat, trotz Embargo. Und nun sind die Kreml-Ärzte besorgt um Wladimir Putin, um seinen Gesundheitszustand. Die haben Angst, der lacht sich tot. Olaf Scholz hat ja auch ein großes Wachstum vorausgesagt. Er spricht sogar schon von einem neuen Wirtschaftswunder. Naja, das ist wahrscheinlich die Prognose nach seinem Regierungsrücktritt. Ansonsten, mein lieber Uwe, macht weiter so. Bleibt schön sachlich, kritisch und optimistisch, wie Karl-Heinz Gerstner immer gesagt hat. Und ich wünsche dir und deinem kleinen Fernsehkollektiv weitere schöne Sendungen. Halte durch. Ich mache gerne mit. Du weißt, immer bereit. Dein Freund Klaus. An der Seite der Genossen sind wir für Frieden und Sozialismus immer bereit. Wir haben zur hundertsten Sendung unglaublich viel Zuschauerpost bekommen. Ich komme mir vor wie beim Wunschbriefkasten. Eine ganz liebe Frau Traute Albrecht hat geschrieben. Danke für ihre wunderbaren Sendungen. Ich schaue sie auf YouTube. Für sie ist es ein Lebenselixier. Viel Glück und alles Gute. Ich bin Jahrgang 1937 und gucken Sie mal, was sie gefertigt hat. Ist das nicht großartig? Schnattchen. Und ihre kleine Nichte hat die Friedenstaube gehäkelt. Also ich kann nur sagen, danke, danke. Das ist so liebevoll. Dann hat sie hier etwas gefertigt. Das zeige ich dann gleich noch. Aber eine wunderbare Sache ist auch von Marianne Wolf, die mir geschrieben hat, Sie sind ein Naturmensch, Heimatliebender, ein kluger Denker, gebildeter Meinungs- und so weiter Äußerer. Ich habe sechs Jahre den Zweiten Weltkrieg überlebt. Vier Jahre sowjetische Besatzungszone erlebt und 40 Jahre DDR. Ich bin in Saalfeld geboren. In Rudolstadt, in Geltersdorf, Geitersdorf bis heute insgesamt 83 Jahre. Ihre Bücher habe ich antiquarisch kaufen müssen. Im Buchhandel Thalia waren Sie aus politischen Gründen nicht erhältlich. Schön, dass man das auch mal erfährt. Also vielen Dank, liebe Marianne Wolf. Das nächste Buch an der Stelle wird pünktlich erscheinen zu meinem 60. Geburtstag Anfang Juli. So sind die Druckergebnisse dann. 1. Juli, Tag der Volkspolizei. Und am besten schon hier auf dem Kanal bestellen. Da müssen Sie nicht in die Buchhandlung Thalia. Es gibt so Dinge auf dieser Welt, die kannst du dir nicht ausdenken. Und dafür gibt es eben auch die aktuelle Kamera. Gucken Sie mal. Die liebe Frau aus Anklam, 83 Jahre, hat mir drei Glücksmäuse gehäkelt. Wer kommt bitte auf so eine Idee, Glücksmäuse zu häkeln? Und sie hat dazu geschrieben, wenn ich mir die aufs Armaturenbrett klebe, das ist also wirklich eine kleine Mausefamilie, dann bekomme ich keinen Strafzettel und habe immer einen freien Parkplatz. Also ganz, ganz lieben Dank. Und hier habe ich noch einen ganz großen, hoffentlich Verkaufsschlager, Friedenshetzer. Wenn Sie sich bekennen wollen, dass Sie für den Frieden sind, holen Sie sich bitte so eine Tasse steimendes Welt, aktuelle Kamera. Wir haben uns was einfallen lassen. Bitte auf diesem Kanal bestellen. Denn niemand muss, alles kann. So und die Mäuse verschwinden. Warum Chemnitz? Für jeden anständischen Sachsen ist Chemnitz ein Kulturereignis, spätestens seit bekannt wurde, dass 2025 die Kulturhauptstadt Europas hier Einzug hält und hier gefeiert wird. Und ich freue mich, dass das Schalom sozusagen mit im Zentrum steht, weil hier gibt es eine ganz wunderbare Initiative, die Uwe Tschuballa mit ins Leben gerufen hat, nämlich für den Ehrenbürger Justin Sonder, ein Auschwitz-Überlebender, 16 Selektionen und jede Selektion war in Auschwitz ein Todesurteil überlebt. Und damit dieser Mensch, dieser großartige, besondere Mensch nicht vergessen wird, hat der Uwe sich eine Idee einfallen lassen, ihn zu ehren mit einem Denkmal. Das Schalom öffnet 17 Uhr und wenn immer Sie sagen wollen, Mensch, wir müssten mal was anderes essen gehen, das kennen wir noch nie. Es ist wirklich eine ausgezeichnete jüdische Küche und es ist wirklich ein Geschmackserlebnis, etwas Besonderes, um im Sinne der hundertsten Sendung zu bleiben. Und an dieser Stelle freue ich mich, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, habe eiskalte Pfoten, meinen lieben Freund Uwe Tschuballa, der Besitzer, der Chef vom Schalom, begrüßen zu dürfen. Mein lieber Uwe, ich begrüße dich und gratuliere zur hundertsten Sendung. Ach herrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch regelmäßige Abonnementen und es ist immer wieder erstaunlich, was du so auskramst, was du so rüberbringst. Es ist nicht immer alles gleich zu verstehen, aber wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es neben der klassischen Unterhaltung wirklich sehr informativ und regt oft zum Nachdenken an. Das freut mich und für uns ist eben auch wichtig, dass man lachen kann. Letzten Endes, sächsischer Humor, jüdischer Humor, das passt doch zusammen wie Arsch auf einmal, oder? Das überschneidet sich sehr stark, ja. Ich sag mal, bei dir merkt man, dass doch der Mensch und dass die Gedanken um den Menschen im Mittelpunkt stehen. Also du bist weniger jemand, glaube ich, der sich selber permanent verkaufen will, sondern du sprichst die Themen an und hast so ein bisschen den Finger in der Wunde, was die Menschen eigentlich stört und lässt auf damit, ja. Naja, und wie gesagt, es muss eben nicht bösartig sein oder dass man einen drauf macht. Und erstmal möchte ich dir auch für das tolle Restaurant und auch für deine Idee, die du mit Justin Sonder mit dem Denkmal hattest. Du bist ja auch ein Friedenshetzer. Naja, die Grundidee, also die Initiative geht vom Internationalen Auschwitz-Komitee aus und wir dürfen das ein Stück weit begleiten, dürfen auch Ideen einbringen. Also das ist ein sehr, sehr guter Austausch, muss ich sagen, miteinander. Und ich muss sagen, der Justin bei allem, was er erlebt hat in Auschwitz, du sprachst schon von 16 Selektionen, ist so ein fantastischer Mensch. Ein besonderer Mensch. Ein wirklich ein besonderer Mensch, der nicht nur Schülergenerationen geprägt hat mit seinen Schilderungen, sondern auch mich, sage ich mal. Er war der erste Gast. Er war der erste Gast. Er und seine Familie waren am 15.03.2000 die ersten Gäste, die auch was bekommen haben. Was zu essen. Und zu trinken. Ja, das war am Anfang nicht noch etwas holprig, aber der Justin war da von großer Ruhe geprägt und ich muss sagen, er war auch stolz am Ende auf das Schalom. Ich muss sagen, mir persönlich, also läuft jetzt noch heiß den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass er oft mit, wenn er so erzählt hat, wenn er sich mit Freunden unterhalten hat, die in den USA lebten, in Belgien, in Frankreich, dass er mit dem Schalom sogar angegeben hat, weil die sowas in der Qualität koschere Küche nicht haben. Und jetzt so eine Initiative mit zu begleiten und in die Tat umsetzen zu können, eine Bank in Chemnitz, auf der Justin Sonder sitzt, mit dem man sich im Prinzip dann austauschen kann, wenn man sich hinsetzt, ein bisschen zur Ruhe kommt, ein bisschen reflektiert. Für alle die, die ihn kennenlernen durften, ist es, denke ich mal, eine sehr bewegende Geschichte. Er wird nicht vergessen. Er wird nicht vergessen. Das ist so wichtig. Und alle die, die ihn nicht kennenlernen durften, können ihn durch diese Begegnungen kennenlernen, können sich mit ihm auseinandersetzen, können Fragen stellen zu ihm und das halte ich für so wichtig. Absolut, damit ist alles gesagt. Und ich habe gehört, lieber Uwe, dass Chemnitz umbenannt werden soll anlässlich der Auszeichnung Kulturhauptstadt Europas 2025 wieder in Karl-Marx-Stadt. Das ist mir neu. Ich dachte, du, ihr wisst doch immer alles. Nein, muss ich sagen, diese Information ist ein bisschen lange vorbei. Aber der Hammer wäre es, oder? Das wäre schon, ja, ich meine, wir erleben ja das Grüne Reich, wo das hier hinmarschiert. Gut, Karl-Marx würde sich im Grabe rumdrehen, weil der hat ja nicht gedacht, dass das von oben geschieht, sondern von unten. Ja, der Sachse sagt, man wird Meschukke. Das ist übrigens auch ein jüdisches Wort, ne? Es ist jüdisch, ja, genau. Ich hätte nie gedacht. Meschukke ist jüdisch. Also wenn wir, das Wort sagen wir am Tag, wir Sachsen, bestimmt zehnmal. Und die Zeit wird immer Meschukke. Meschukke. Meschukke, ja. Ja, Muschboke ist auch sowas, ja. Die Familie, genau. Ja, man glaubt gar nicht, wie viele Worte aus dem Jüdischen ins Deutsche, ins Sächsische auch Einzug gehalten haben. Zu Wortspielereien generell, ja, auch dieser Spruch, bei denen hängt der Haussegen schief. Bedeutet? Wenn du in ein jüdisches Haus gehst, hast du diese Mesusa, also diese Kapsel immer an der Tür, was also das jüdische Haus kennzeichnet. Und da die im Jüdischen immer schief angebracht sind, also schräg, aufgrund der Bewegung, weil in dem Schrägen liegt für uns die Bewegung. Und früher hat man sich nicht so erklärt, ist im Mittelalter entstanden, dass andere, also Christen, das gesehen haben, dass wir so eine Kapsel da an den Pfosten anbringen. Und da haben die gedacht, naja, da ist der Haussegen bestimmt drin und die bringen das schief an, also bei denen hängt der Haussegen schief. Und das ist ein geflügeltes Wort, was man so sagt und hat aber eine ganz andere Bedeutung. Was ist für dich das Besondere, wenn ich schon mal da sein darf hier, an Chemnitz? Ich meine, du bist zurückgekommen. Ja. Hast du auch ein bewegtes Leben? Also Chemnitz, also nach der, ich sag mal, Phase in Jugoslawien aufgewachsen zu sein, in Karl-Marx-Stadt ein Stück weit bei der Oma gewohnt zu haben, Schule gegangen, dann in der Zeit der Kehre, Wende, wie du so schön sagst, in Köln Bankkaufmann gelernt, dann in die USA gegangen. Mein Bruder war dann in Israel und ja, ich bin nach Chemnitz zurück, weil es dem Vater halt gesundheitlich schlecht ging. Und Chemnitz hat, Chemnitz ist für mich dahingehend interessant, weil es ist eine Stadt, eine spröde Stadt, die so auf den zweiten, auf den dritten Blick erst erobert wird. Und erobert werden will. Und mittlerweile muss ich sagen, alles das, was so in Chemnitz an Saat gesetzt wird, gedeiht recht gut, wenn man es gedeihen lässt, muss ich sagen. Und was mich so ein bisschen noch stört an unserer Stadt, ist, dass der Chemnitzer durfte ruhig etwas stolzer sein auf das, was er hat, was er leistet und was er darstellt. Er muss sich schon lange nicht mehr zwischen, hinter Leipzig oder Dresden verstecken. In Chemnitz wird das Geld erarbeitet, in Leipzig wird es verhandelt und wir geben es großfressig aus. Deswegen bin ich heute zum hundertsten Mal rübergekommen. Das ist eine sehr schöne Würdigung. Also ich denke schon, in Chemnitz passieren viele kleine Dinge, viele Ideen. Wir kriegen das auch hier mit von den Gästen, die hierher kommen. Junge Leute, die nach Chemnitz kommen, weil sie irgendwelche Projekte realisieren. Die Uni, welche Impulse da ausgehen. Also ich will jetzt nicht von einem Chemnitzer Silicon Valley sprechen. Also das wäre ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber es gibt ja wirklich sehr, sehr viel Positiv-Innovatives, was natürlich jetzt nicht so schön anzusehen ist, immer wie der Dresdner Zwinger oder wie die Oper bei euch. Aber was mit sehr viel Inhalt geprägt ist. Und der Mensch. Im Mittelpunkt des Menschen steht die Sorge. So haben wir es ja gelernt. Koschere Küche bedeutet... Also wenn ich dir das... Das würde deine Sendezeit... Also mit anderen Worten hängen. Kommen Sie ja her. Kommen Sie ja her. Kommen Sie ja her. Erleben Sie das seit 23 Jahren gibt es uns hier in Chemnitz. So. Na, das reicht doch schon. Mehr muss gar nicht sein. Danke. Ich danke dir. No. Und jeder, der sich bereit erklärt und sagt, ich würde auch gerne mit dazu beitragen wollen, wir blenden es hier unten nochmal ein. Wir freuen uns über monetäre Zuwendungen für dieses tolle Denkmal für den Justin Sonder. Auch deswegen ist es eine Sondersendung. Ich frage mich die ganze Zeit schon, was hier die Verantwortlichen hergestellt haben. Ich gucke mal, nein. Vielleicht ist es ja was Lustiges. Ich gucke mal. Also, ein Niki sehe ich schon mal. Ja, sauber ist es auch. Und hier steht Steimles hundertste aktuelle Kamera. Also Leute, ganz lieb. Wer immer das gemacht hat. Es ist der feine Countdown. Liebe Uwe, gratuliere zur hundertsten Sendung. Ja, der Sven, habe ich gerade erfahren. Ich wusste es ja nicht. Gut, am Geruch hätte ich es vielleicht. Der Sven, der Niki-Mann, hat es gefriemelt. Und wir haben noch ein paar Nikis. Und es soll jetzt nicht aufdringlich sein. Aber ich sage mal, wenn jeder jedem eins schenkt, werden die auch alle. So, und jetzt gucke ich mal hier rein. Hier soll was drunter sein. Also riechen tut es wie eine Backware. Aber ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Hoi! Hey, Uwe, ich grüße dich. Die Hausgemeinschaft und das kleine Fernsehkollektiv haben für dich was vorbereitet. Und deswegen gehen wir jetzt mal in Tonis Bäckerladen und zeigen dir mal die Überraschung. Schönen guten Tag. So, mein Uwe, guck mal, was wir für deine hundertste Sendung gemacht haben. Zumindest der Bäckermeister Tony Bayer aus Welen. Ach, Mensch, es ist so lieb. Die hundertste Sendung. Wer hat denn das gemacht? Vom Fernsehkollektiv? Ihr seid doch verrückt. Wir werden gleich die Lefzen nass. Guckt ihr mal. Vom Kleinen, vom Großen, wie auch immer. Na da, na ja, die Arbeit des Schauspielers an der Rolle. Da kann ich dann wieder. Ich nehme mal an, es ist eine sächsische Eierschecke. Herrlich. Vielen Dank. Danke. Also, gebacken und noch mal ein ganz, ganz... Oh, herzlichen Dank. Die rutschte runter. Die Schwerkraft macht's möglich. Tony Bayer aus Birna. Danke. Vielen Dank. Ach, also wirklich, ich hab schon nasse Lefzen. Es ist jetzt gleich, Stückel, wenn die Sendung vorbei ist. So, und an der Stelle kommt wieder ein kleiner Geburtstagsgruß. Ich bin gespannt, was diesmal als Gratulation mich erwartet. Als ewiger und oberster Vertreter nicht nur des Freistaates Bayern, sondern auch des Volkes der Bayern ist es mir nicht nur eine Ehre, sondern auch persönlich eine ganz besondere Freude, Ihnen, mein lieber Uwe Steimle, heute zur hundertsten Ausgabe Ihrer aktuellen Kamera gratulieren zu dürfen. Nicht zufällig jährt es sich ja in diesen Tagen auch zum vierzigsten Mal, dass ich in der aktuellen Kamera persönlich zu Gast war, damals anlässlich der Einfädelung des Milliardenkredites an ihre DDR. Ich konnte ja damals nicht ahnen, dass nach dem Mauerfall, der ja auch schon nach meiner Zeit war, diese Frau Merkel 16 Jahre das Ruder im Land übernimmt und das gesamte Land zu einer Art DDR 2.0 entwickelt, für die ein Milliardenkredit höchstens noch ein Tropfen auf den überhitzten, heißen Stellen wäre. Aber davon abgesehen, muss ich Ihnen sagen, dass was Sie in der aktuellen Kamera tun, ist ja in der heutigen Medienlandschaft geradezu balsam. Balsam auf die Seelen der Zuschauer und der Zuschauerinnen, wo nicht einmal mehr mein Bayerischer Rundfunk heute davor gefeit ist, immer wieder auf die Abwege des grün-roten sogenannten Haltungsjournalismus zu geraten und den Leuten geradezu sprichwörtlich das X für das U vorzumachen versucht. In diesem Sinne, mein lieber Uwe Stäimle, sagen Sie auch Ihrem Honecker von mir schöne Grüße, ich habe ihn lange nicht mehr getroffen, zumindest hier im Himmel habe ich ihn nicht aufgefunden. Alles Gute, bleiben Sie weiter bei der Sache, machen Sie so weiter wie Sie sind. Ich bin begeistert, begeisterter Zuschauer, wenn ich Ihnen das sagen darf und hier heroben, wo ich mittlerweile mein Regiment führe, seit der Ratzinger da, jetzt bin ich leider nur noch stellvertretender Himmelsvorsitzender, aber kann ich Ihnen nur sagen, wir alle schauen jeden Sonntag um 19 Uhr begeistert, Ihre aktuelle Kamera. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Ihr Franz Josef Strauß. Eines der beliebtesten Bilder, Spätromantik, Kasper David Friedrich, hängt in der Kunsthalle in Hamburg und heißt der Wanderer über dem Nebelmeer und eine Klebeaktion Klimagruppe, so viele Kas für den Sachsen-Vorspar, die wollten sich dort festkleben und als das nicht geklappt hat und das wachsame Personal aufmerksam wurde, haben sie die Asche aus dem Nationalpark vom letzten Band im letzten Jahr dort mit verstreut und wollten somit aufmerksam machen. Ja, Ideen muss man haben. Kannst du dir nicht ausdenken? Liebe Klebekinder in der Kunsthalle, die Asche, es hätte auch ganz anders ausgehen können, versteht ihr? Und Destination ist es einfach nur Meschuge. Klimawandel, Klimahandel, vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Idee. Der Waldbrand in der sächsischen Schweiz, der wurde von Menschenhand gelegt, ja, nicht durch Klimawandel. Nochmal, räumt auf mit dem Kapitalismus, weg mit Globalisierung, kurze Wege und vor allem irgendwann mal anfangen zu produzieren nach Bedarf und nicht nur nach Gewinn. Ich bin davon überzeugt, dass das ganz viele Unterstützer finden würde, auch in unserem Land. Menschen schützen nicht nur tote Bäume, weil man nämlich zu faul ist und kein Geld hat, um das Totholz aus dem Nationalpark rauszuschaffen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal mein Aufruf, meine Bitte, jeder von uns sollte Geld einzahlen in einen Fond, damit der Sachsenforst wenigstens das Totholz wieder rausholen kann. Denn sonst fackelt das alles beim nächsten Mal richtig ab. Und Sie wissen, totes Holz brennt wie Zunder durch Feuer. Und beim lieben Herrn Findeisen bedanke ich mich nochmal ganz herzlich aus Königsbrück. Der hat es sich nicht nehmen lassen und hat nochmal gelasert und gefacert für die hundertste aktuelle Kamera. Es ist richtig schwer, das Teil. Ja, vielen herzlichen Dank. Wo ist meine Glocke? Wo ist denn die Glocke? Ach, da ist sie. Danke. Ja, dann sehen Sie mal, wie sie wirklich zugeht. Hier wird nichts geschnitten. Das war es im Prinzip schon wieder. Die hundertste aktuelle Kamera. Ich kann nichts versprechen, wie lange wir das noch machen dürfen, können, sollen. Das liegt auch an Ihnen, liebe Abonnementen. Unterstützen Sie uns gerne fleißig. An der Stelle kann ich auch sagen, wir werden mit Steimlis Welt fortfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nächste Woche treffe ich mich mit Micha Seidel und der steigt dann in meinen Wortburg ein. Das heißt, ich muss nicht mehr so alleine durch die Welt fahren. Was reimt sich auf Ballon? Shalom. Lieder, Märchen und Geschichten, auch ein bunter Blumenstrauß, sind ein Gruß für brave Kinder, aus dem Butzemannhaus. Lieber Toni Bayer, Markt 8 in Birne, ich schneide jetzt einfach mal an, aus der Lameng. Übrigens so haben früher die Wikinger per Augenmaß die Schiffe gebaut. Erstens gibt es keine Wikinger mehr, Schiffe braucht keiner, außer vielleicht vor Binz, Flüssiggas. Das ist übrigens noch eine schöne Idee. Bitte rufen Sie alle mit auf, unterschreibt dafür, 80.000 Stimmen müssen zusammenkommen, damit kein Flüssiggas vor Binz, weder gefördert noch abgelassen wird, das geht gar nicht. Ja, wir müssen das verhindern, da lieber frieren wir uns den Arsch ab. Aber das brauchen wir nicht, vor allem nicht vor Binz. So, also ganz herzlichen Dank nochmal. Ich koste mal vom A. Machst du mal? Und so ein kleines Stück, weil wir müssen ja noch fahren dann, wissen Sie? Wir gucken mal, wie sie geworden ist. Hat ja auch jeder ein besonderes Rezept für die Eierschäcke. Oh, die ist aber schön hoch. Also da kann ich jetzt schon mal sagen, die beste Eierschäcke, die höchste auf jeden Fall, Toni Bayer, Markt 8, Birne. Oh ja, der Körper nimmt es an. Und damit, lieber Marco, ist auch deine Frage beantwortet. Und du merkst, ich muss nicht einmal wuchsen. Danke. Nur bei der Eierschäcke, weil die so eine hohe Schäcke hat, kriegst du die Maulsperre. Ich mach's jetzt nicht. Sonst sehen Sie noch, was ich für Plomben hab. Das gäb's. Ach, hilf mir. Zum Zahnarzt muss ich auch nächste Woche. Naja, gute Nacht. Los geht's! Okay. Vielen Dank.